Und so mal willkommen zurück zu Yooka-Lady, yes! Wir sind hier im Capital-Kashino-Welt 4, weil wir jetzt mal angekommen haben und haben schon einiges gesammelt, noch nicht so viel. Und haben drei Patches hier eingetauscht schon. Wir brauchen nämlich hier Spielmarken, um die eintauschen zu können. Dafür müssen wir einfach verschiedene Spiele spielen. Oh, jetzt schauen wir mal was wir machen können. Rex, so werde ich es jetzt noch nicht machen. So, geht das hier eigentlich schon? Ja, es geht. Damit müssen wir das einfach hier reindrehen. Besser einmal direkt umdrehen. So, richtig mal, ich muss es sagen. So, was einfach dumm ziehen. Ein Laser, der uns killt? Okay, wir müssen doch erstmal alle besiegen, okay. Sehr interessant. Und dafür hat er dieses Spielmarken hier. Ein Stück insgesamt. Ja, gut. Und wenn wir zehn Stück haben, können wir ja ein Pagi eintauschen. So. Weiter geht zum nächsten Automaten. Mal schauen. Das klingt blöd, Alter. Hau ab. Wir müssen ja jetzt die UKLEI-Fressen bekommen. Entschuldigung, jetzt fress ich um. Hm, das heißt, nach einem Schneemann. Ah, das war... Wer das noch? Keine Ahnung. Ne, das war falsch, komm. Das ist eine Frage. Das ist eine Frage. Das ist ein Spiegel nicht. Hm, das sieht besser aus. Melone, Banane, okay. Zack. Ah, das sieht auch. Wieder nach Melone, Banane auf. Nein, 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 nein. Das kann nicht wahr sein. Das letzte Ding fehlt uns nicht. Hm. Ah, Mann, wieder das vorletzte. Konzentration hast du, komm. Dreht sich auch immer etwas schneller, ne? Okay, ich verkack's eifer, aber ich keine Geduld habe. Ich gehe jetzt hier nochmal nach Apfeln. Apfeln auf, Kirsche abgerissen. Melone, Banane. Ah, lauter, sieben Spielmarken. Wir müssen das hier ziehen. Fünf Stück, ne, vier Stück müssen da rein. Was eigentlich schon automatisch kriegt. Das war ziemlich einfach. So, weiter zum nächsten Automaten. Halten Sie sich, ne, wir halten nicht gleich zusammen, ne? Mal, wie geht's, ne? Warum? Banane. Wissen Sie, also, wechseln. Melone bei Nahen, okay, wieder das gleiche. Ja, easy. so was erwartet uns hier das kenne ich wir stellen uns auf den schalter muss in den ball durch die durch den kurs das ist einfach naja jetzt muss er schneller rechts runter kuhlern ja schnell 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 wir haben genug zeit dafür also so muss hier rein ja und jetzt hier runter, genau perfekt jetzt einfach schnell durch da runter fallen lassen leider oder lass ihn nicht reden lassen das klappt auch sehr schön jetzt war schon runter jetzt geile schöne kleine mini spieler wir haben schon bereist ist die schwarze drei der linke macht den rechten anhalten der linke macht den rechten der mitte macht den linken das war 100 Sekunden zu früh jetzt war es zu spät ja komm lass mich gewinnen so lange wir nichts bezahlen müssen das war dumm ich komme jetzt in die disco ja 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 weil wir tanzen, Jakob, dann tanzen oh scheiße ja, die sind neidisch nur da, dass ich besser verhandeln kann Musik ist auf jeden Fall an schön hier gehts in den Sand hoch und runter ich bin der Boss Eiger und Zweiger er hat uns einmal getroffen schön aber erst der zweite? der erste? ok jetzt hier ein paar Paint an gerade in der Mitte ich werde jetzt halt beim unten runter versuchen, ob da noch irgendwas liegt vielleicht als eure Schuld so, jetzt sind hier wieder ein paar Fehler so eine noch, eine noch oh ja, haben alle das ist schon so ich brauche nicht nochmal lang gehen auch gut versteckt ich laufe erstmal hier her genau, hier ist noch ein geiles ich habe mich nur entschieden es wird euch garantiert auszunehmen er reicht mal innerhalb von 3 2 1000 spiel das hört sich nach ordentlich ordentlich schau uns an wie funktioniert das? hier ihr müsst einfach ein paar Bilder ihr müsst einfach Paare bilden und schon habt ihr gewonnen das ist schwindel das ist schwindel äh simple na, wie sieht's aus ok machen wir und dann geht's los sehr gut ich hoffe, ich habe es gut gemerkt oh, das war falsch was ist das hier? Schreckstammplallo ein blauer war der jetzt nicht hier unten? ein roter ne man, ok nein, hier war rexto was wird hier jetzt sehr gut gemacht? der rote? ja, das sollte man aber auch hinbekommen ja, das sollte man aber auch hinbekommen ah, mein mein Beileid ich was ich habe gewonnen wie ich dachte das geht gar nicht hm ganz recht her mit den gewinnmarken bevor wir den stecker rausgehen hey, dafür hängt mich der bohrt sich ja in die mitarbeit der Toilette ja, ist pech fünf marken da, schön noch zwei feder nicht vergessen hier mal gut übersehen mal gut übersehen hoch mit dir na ja das ist auf jeden fall auch ein kurs nur Ja, der dient, Alter. Dann nicht stampfen. Hoch. Okay. Ach, zu denen müssen wir, genau. Ich wollte jetzt immer die, nehme ich die Federn ja immer noch. Da unten habe ich noch eine gesehen. Oha, oha. Eine einzelne. Hier geht also unser Unterhaltsbamster am bedächtigen Gleitspiel der Stadt. Hm, hallo, wir würden gerne dein unterhaltsames, überhaupt nicht bedächtiges Gleitspiel ausprobieren. Hm, natürlich findet ihr das gerne aus. Nur ein verwirrter Vogel würde sich so eine lukrative Abzocke, äh, Gelegenheit entgehen lassen. Ihr müsst nur das Endermines Kurses erreichen und unterwegs durch jeden einzelnen Reifen gleiten. Ganz einfach, also was meint ihr? Das machen wir doch. Sieht doch ganz simpel an, wir versuchen es mal. Herr vorne, aber passt auf, dass ihr bei den Spöngen nicht Geld wollt. Hier gibt es nämlich eine Menge Diebe. 2 Minuten 10. Geiler Parkour hier, ne? Ich glaube, wir haben genug Zeit dafür. Nein, 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 nein. Scheiße. Ich stehe da hoch. Das könnte jetzt schon was Ende sein. Ich glaube, wir haben genug Zeit. Ich glaube, wir können hier, wir haben genug Zeit. Wir können hier rein. Wir können hier rein. Wir können hier rein. das ob wir gewonnen haben sie noch 50 über 50 kunden krass sagt wieder fünf marken sollte man vielleicht ein tauschen gehen da kommen wir noch nicht rein da ist auch noch eine rutsche ok da können wir beim nächsten mal eingehen das können wir noch machen war eigentlich diese dinger ja wir haben es verkackt ne einfach warten bis alle reinkommen da kommt die augen der eine noch jahre schön so wächsisch haben wir schon hier sind überall wilde schweine aber dann ein anderer mal vielleicht noch was kleines aber wir bringen die mal weg hi wir haben genug marken gehen wir mal her paar pages 2 3 4 5 6 das war schon die sechs hier werden dann beim nächsten mal weitermachen man sieht schon glaube ich was wir hier machen müssen aber das einfach auch der nächsten folge da ich mich herzlich für zuschauen da nur ich war was sie bleibt im schild und schau